Damit es jetzt ganz gut durch die Welt wieder geht, möchte ich euch endlich aufklären, was das für ein Instrument ist. Das wissen die wenigsten von euch. Ich weiss, du meinst, das sei ein Giger. Wenn ein Baby zu tun hat, dann ist es natürlich ein Violin, ist klar. Und ich habe herausgekriegt, es ist ein badisches Cello. Ich habe das ganze Leih in Hüse gekriegt. Hierherum, Frau Frieburg, auch im Geschleidenmuseum. Und da ist ein Bett. Und das ist gar zu lang. Das ist der erste Hinweis. Der zweite Hinweis, wenn man als grösserer Mensch im Schwarzwald in eine Ur-Humis hineingeht. Jeden grösser Mensch ist alle passiert, dass er den Schädel angeschlagen hat. Jetzt bin ich dahinter gekommen. Der original Schwarzwald war so gross. Wir sind ja alle jetzt groß. Jetzt, wenn man das jetzt nimmt, dann stimmt das genau. Und wir Menschen sind doch Medizin und Ernährung, wenn wir jetzt alle gross waren. Aber die Kinder sind ja nicht gewachsen, das ist ein Cello. Und jetzt heben die Leute das alle noch falsch. Das ist ein Vorspiel. Nein, kürz es ab. Ich wär so gern, ein grosser Cellist, mit vielen Konzerte und übrigens drei. Das setz ich jetzt an und bin ganz am Tisch, denn das Cello von mir ist viel, viel zu frei. Mit Cello und ich, wir beide haben träumt, wir machen im Karajan Weltkarriere. Doch leider hat Cello, sie wächst und versäumt und wird damit um sie Karriere erschweren. Ich habe dann meinen Cello nach Lilliput gelegt, das Orchester von Bern, sie sagen gut aus, aus, aus. Der Chefdirigent hat dann zu uns gezeigt, das Cello ist recht, aber sie sind zu groß. So sind wir dann weder ins Badische gegangen, die Cello sind ich und auch der Bogen. Bogen, 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 Bogen. Doch wenn wir so Menge und hat nicht gegangen, wir haben ja jetzt schon so viele Leute belogen. Der Beistel liegt meine, es sei doch ne Diege. Doch sag ich jetzt bohren und mach auch gleich Spaß. Da, 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 da. Danke.